Jetzt haben wir erstmal die drei Gegenstände von heute. Ich hatte heute einen Xavi aus den Player Picks. Drei Stück hab ich gemacht. Xavi kam aus dem dritten raus. Ja, fünf Packs haben wir. Fünf Stück. Einmal seltenes Goldspieler-Pack. Zwei seltene Spieler 81+. Sieben Spieler 84+. 90 Prime-Icon, Toti-Icon oder Food-Burstier-Icon. Und das haben wir so ein Prime-Pack. Wir starten mal mit einem zwei seltenen Goldspieler-Pack. Oh! Oh! Ah, Fernando. Machen wir jetzt das seltene Spieler-Pack auf. Das ist noch tradable. Oh, Lichter gehen an. Sadio! Sadio, mann, alter Kneipenschläger! Sadio, mann, alter Kneipenschläger! Yes, Sir! Sadio! So, machen wir das Prime-Spieler-Pack auf. Das Prime-Icon-Pack so rum. Prime-Icon, Prime-Icon. Ja, einmal so ein Pack oder was das ist für ein Müll. Ja, da zieht man auch noch Müll-Partei. Oh, Cristiano! Cristiano! Like Cristiano, den wollt ich schon immer haben. Like hatten, das sind das Beste, was es gibt. Das ist 84+, 1 und 4. Mal in dem Prime-Pack auch noch drin. Äh, ja. Und das Zweite, 1 und 4, 82+, Spieler-Packs. Süle, Niklas. Aber dann jetzt das 84+, ja, ich mach's einfach. 84+, gib'n Spieler, komm, gib'n was Ordentliches. Nicht mal, nicht mal ne Info. Nicht mal ne Info. Aber Rotary. Ein Rotary. Nach unserem Hinspiel einfach mal so einen schönen Fernschuss einschenken. Na klar, na klar. Drück doch mal, drück doch mal mit dem Daumen in die Wunde rein. Keinen Doppel, bin überrascht. Jetzt kommt's, Jungs, jetzt. 90+, Prime-Icon, Toti-Icon oder Fugurste-Icon. Wir hatten das letzte Mal George Best gezogen. Let's go! Was wird's? Prime-Icon? Prime-Icon, Roberto Galas. Ja! 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 Nice! Nice! Okay, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Ich hätt' zwar gern mal eine von den anderen beiden Icons gesehen, aber nehmen wir mit. Prime-Icon, Roberto Galas. Nice! Roberto Galas. Ich hätt' zwar gern mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit.